Bisschen! Der erste Informationswächter ist von so einem Pass aus dem Wissen. Und jetzt von den Fingern in der Figur Runde. Auch von der Fingern. Der letzte Punkt von der Lumpi ist über 2000m. Da über 15.000 Euro. Und er hat beim Ausleiten einer Figur mit vollfachen Körpergewicht in Sitzpresse. Der erste Mal im Saar ist in Oma Böderberg. Der erste Mal im Saar ist in Oma Böderberg. Der erste Mal im Saar ist in den Passantier Nordwand. Die 1.600m Höhe der Steilgang bestürt den 8.000m sehr schwarz innerhalb der Militär bezogen worden. Noch heute zählt die Platterroute zu den Letzten und Anstrengendsten in der Alpe, aber der Rekord wird mittlerweile bei 2 Stunden und 30 Minuten. Patron Züss in der Figur Eiger! Der letzte Formationswerte ist sehr interessant in die neue Figur am Meistern. Das ist eine relativ komplizierte Figur, vor allem für die Piloten, die hinten jetzt in ein geraden weichsten werden. Auch hier am Zwischenflugzeug nur gerade bei 3 Meter oder die Schwindigkeit von über 700 Stundenkilometer. Die Schweiz ist mit dem Militärpilot Pio Nicolet, also Astronaut, im Weltall vertreten. Auch heute noch sind die Schweizer Technologie in den Raumfahrungsvertreter. Bekannt nach dem wohl bekanntesten Raumschiff der Welt. Patron Züss in der Figur Enterprise! Darf ich einen Piloten vom Team vorstellen? Als Trainer der Patron Züss wird das Team vom Hauptmann Simon Bieleter. Er ist der Pilot, der zuvorstvorerfliegt und verantwortlich für die perfekte Präsentation der Patron Züss als Verband ist. Die Piloten vom Hauptverband sind der Hauptmann Gunnar Jansen, der Hauptmann Rudolfo Freiburghaus und der Hauptmann Kyle Lascha. Die beiden Solisten sind der Michi Meister und der Reto Amstutz. Und jetzt zeigen wir Ihnen eine neue Figur, als O. Sie haben auch noch zu dir und die Kost. Das ist ein Rundsatz, das ist ein Stolper Stipion, das ist ein Lied für den Verwalt vom Programm auf Drupal in der Präsentation in der rechten Region in der rechten Region. Seine Kameraden folgen ihm in der kommandierten Figur und haben damit immer fixgefügt beim Nachbarfuhrzeugen, dass die Figur für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch perfekt aussieht. Als Referenzpunkt habe ich z.B. die Lackblatt aufhängig vom Flugzeug, nur wenn sie richtig ist, wird der Toppidverteilung im weissen Büro ist noch in der richtigen Position. So, jetzt kommen wir zu der ersten Schlüsselstelle, wenn ich genau da blicke, da rüber bitte in der sogenannten Heartbreaker. Im Afrohrzeugen wollen Sie noch nicht sehen uns heute in Basel, Sie werden dann aufziehen und eine neue Praschita im Nimmelvordentliche erzeichnen. Und da sind Sie, meine Damen und Herren, Patriot Suisse 2013 für das Herbst. Sie sehen das Herz von Patriot Suisse als Dankeschön für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ohne Sie wären wir nur das, was wir heute sind. Besten Dank! Und jetzt begrüssen Sie die beiden Solisten der Patriot Suisse, den Hauptmann Michael Meister und den Hauptmann Reto Amstutz für die erste Solo-Fluzzi. Musik 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 Wir haben hier noch 20 km Kilo in der Zahnseinschweizung. Wir haben hier schon in der Zugang die 8.5 km Kilo. Und wir haben hier noch mal 20 km Kilo in den Flugwerk in der Schweiz. Mit den Namen haben wir das Solo-Klugzeug der Patronie Suisse. Nach dieser spektakulären Solo-Fritz sind wir jetzt weiter mit dem Hauptverband im Abloch von rechts. Das Team zeigt Ihnen in wenigen Augenbrücken unsere Zürcher Rollenrollen. Let's rock'n'rollen! Ah! 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 Abstand zwischen den Flugzeugen und Werken kriegen das 3-Wertz-Buch-3-Wesel. Die Möglichkeit ist hier in 6 Stunden, die Möglichkeit für unsere sogenannte Diamantmasche. 3-Wertz-Buch-3-4-4-4-4-4-4-5-3-0-3-2-1. Haben Sie schon noch eine neue Patrouille-Swiss-Team aus dem Design-Kulstand mit einem Aufgriff und Fikern damit beziehen können, aber Freunden oder der Spiker haben immer einen solchen Team dabei. Wir zeigen Ihnen den Ping von der Partei Suisse. Wenn Sie jetzt Richtung DKA halber links schauen, wie in Anwärm sind, sind Sie die Landeskiewerfer der beiden Solistenflugzeuge. Das Flugzeug ist ähnlich einer Loni konfiguriert worden. Das Fahrrad ist ausgeschaltet worden. Und die zwei Solisten im Anfang von Beer-Down-Roll. Der Gifflugzeuge ist in der DKA. Der Gifflugzeuge ist in der Durchschnitt von DKA. Und jetzt begrüssen wir wieder den Haupenband im Anflug von halb rechts. Meine Damen und Herren, Sie zeigen Ihnen eine Walze in der Figur Katina. Der Rauch, den Sie hier sehen, wird übrigens durch das Weisspritzen von der Dieselöl und ist in heissen Triebenstrahlen generiert. Der Generator, wo der Rauch generiert ist, ist der einzige Teil im Flugzeug, wo die Serieflüge vom Quattro Swiss Tiger unterscheidet. Und jetzt gehts Schlag und schlatt mit meiner Liste in Abflug von rechts. Jetzt eigentlich noch ein Prudek, noch mehr. Der erste Solvpilot an einem Halbner Rettarmstutz wird sein Flugzeug auf den Rücken drehen. Er wird dann gestossen, das heisst, er wird mit 2G, das heisst zweifachen Körpergritt, aus dem Sitz rausgesogen. Aber kein Ansteller ist mit einem straffen Folkpunktgebotensystem, Asim Sitz. Es ist zu. Und jetzt zeigen wir Ihnen die hohen Anstrengungsführung der Figur. Wir sehen uns aber da. Die Piloten zeigen Ihnen nicht mehr, aber mit dem Anflug von halbner Rettarmstutz und Rettarmstutz. Die Piloten fliegen mit einem Ausgang von über 50 Meter. Und dann sollten wir nicht mehr an, dass wir unseren Anstrengungsführung sind. Und dann ist die Figur eben so schnell, so nicht fliegen. Im Gegensatz zu den alten Geschäft Kultfluteams in Europa, kann wir das nun im Nebenamt. Unsere Begräuter führen wir heute in der Grundstampel Bayern in der All-In-Feier. Und wir brauchen uns im Schritt einmal in der Woche zum einsamen Akkrobatik-Training. Und jetzt geht's weiter mit dem Colored. Den kennen Sie sicher alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die zwei Solisten im Anflug von rechts. Der Hauptmann-Abstutz dreht sein Flugzeug auf den Rettarmstutz. Schaltet den Raubbinderat ein. Und der Hauptbemeister oben und unten den Raubstrahl von Simportflugzeugen. Und jetzt über den ersten Mal den Hauptbemeister in der Figur Shadow. Das ist der wohl eleganteste Programmteil, den wir Ihnen heute zeigen. In diesem Programmteil versuchen sich die drei Piloten hinter dem Leiterflugzeug so zu verstecken, dass Sie in der All-In-Feier von Tour-Eins-Tipp-Typ sehen. Und da der Anstand nur gerade drüben. Und an der Geschwindigkeit von über 7.00 Uhr, bis in der Fisch-Info-Priorzeit. Und jetzt wird schnell laut, meine Damen und Herren. Der Solo-Leader von der Pottery Suisse zeigt Ihnen die Möglichkeiten von Tiger F5. Das Flugzeug ist 1937 eingelaufen. Die Schweizer Armee hat das Flugzeug 1978 in Betrieb genommen. Das Flugzeug hat von zwei Terminen auf maximal 1.000 Stundenkilometer beschleunigt werden. Das dürfen wir hier aber nicht mit den maximal 1.000 Stundenkilometer fliegen. Und wie schnell das 1.000 Stundenkilometer ist, zeigt Ihnen jetzt gleich der Reto-Anschluss, der Solo-Leader, im sogenannten Tom Rüthi High Speed Pass. Ich hoffe auch, dass der Hauptverband im Anflug in der Figur Matterhorn Matterhorn, den Berg kennen wir alle, steht im Kanton Wallis mit Zermatt. Und ist eines von den Bergen, wo jeder Tourist in der Schweiz klappt. Also das Pilotfahrt wird nicht verwerben, sondern wir werden auch verstehen, dass wir ausgehen. Die Harmonie und die Zermatt sind und verbrauchen sind unabhängig mit diesem Team. Wir werden einen jährlichen Trainingskurs im Frühling mit der neue Periode zusammen mit dem bestehenden Team geschulten, so dass wir lernen, wie wir es im Mai parat sind für unsere Vorführersaison. Das eine europäische Field, die sind bei den 1.000 Stunden und 3.000 Stunden, wo wir die Wir mögen das Flugzeug Tiger 5, der Tiger-Namen beginnt mit dem Buchstaben T. Der Buchstabe T hat im Flügel-Alphabeten einen speziellen Namen, nämlich Tango. Und die wenigen Alphabeten zeigen mir, ob er als T gibt, wenn er die Figur Tango. Das ist der nächste Mal von dem Buchstaben für den Roller. Dann werden wir das Flugzeug einmal nach rechts. Wenn er sich auf dem Flügel-Alphabeten nicht angereicht, macht zu fügen. Das Bär-Walter, was ich jetzt wieder ein bisschen lerde, in eines Anwesitzenschützerbürger oder Bügerin. Im Alter von 17 bis 20 fühlen sie sich gesungen zur Füge für den Preis alle Meinungser und eine gute Leumann. Haben sie sich immer wieder eine Kopie von einer Militärflucht zu schaffen, oder gehen sie auch mal für die Papi in Suisse mitfügen? So wird sie auf die Homepage. Wetter in das Bär-Post-Zimmer. Sperr wird in den Publikum hergestellt. . Wir werden die Produkte wohl in den landschipenden Flugzeugen entsprechen. Wir werden über 1000 miéns Hawai-Post-Zimmer vertreten. Sperr bietet aber die Möglichkeit von einer umfassenden Flugzeiten zum Unternehmung im Rahmen einer zukünftigen aviatischen Ausbildung. www.sferd.ch Und jetzt beweisen wir normalerweise Solo-Pilot. Hier zeigt die sogenannte Fier-Sitterrolle Adem von Ramp-Triving in der Busse Ruppeflogen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt in den internationalen Bekannten-Tunnel. Der neue Botthal-Tunnel ist gestaltet. So wird die Fier-Sitterbahn mit dem Werk für unsere Alten. Die Basis-Tunnel an Botthal ist Herr Schuch von dieser Altenbildung und er ist 57 Kilometer nach, somit der letzte Tunnel der Welt. Die Rierleistung des 21. Jahrhunderts wird in einer wakanten Verbesserung der Reise- und Transport-Übergreise im Herzen von Europa führen. Der Hauptverband symbolisiert das Tunnelportal im Anflug von rechts auf der Soliste. Beschleunigt sind Zeiger auf etwa 1'000 kmh und wird genau in der Mitte des Tunnels durchgesen. Meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihre Kamera anführen, der Patrizist für Spunnel! Die Leitung der Patrizist für Spunnel und die Verantwortung über Patrizist für Spunnel und die Verantwortung über Patrizist für Spunnel und die Verantwortung über Patrizist für Spunnel. Das ist unser Kommandant, der Oberschleutnant Daniela Hösni aus EIM im Kanton Zürich. Alleine Sprachmilitär, Piloten und selber schon bei der Patrizist für Spunnel und die Position auf der Patrizist für Spunnel als Lieber Willkommen. Heute ist Ihr Vorstetting für die Sicherheit und Organisation in der Patrizist für Spunnel. Und am Sonntag, der Geburtstag, wird natürlich auch eine würdige Flugshow. Die findet Ende August und Anfang September 2014 in Bayern statt. Es würde uns freuen, wenn Sie am 30. oder 31. August oder 26. September 2014 mit uns mit unseren Geburtstagspartel in Bayern mitführen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss vom heutigen Programm, meine Damen und Herren, aus einem richtig passenden Wettigenalbum ECA Patrizist für Spunnel. Überbitte Ihnen für das Finale Grotte! Aufmerksamkeit! 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 Fester Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch alle das Team der Patrizist ist stolz, immer wieder Teil des motoschönen Nachmittags hier in Dintingen zu sein. Wir bedanken uns für Ihres Interesse und hoffen, sie wieder einmal an einer Flugshow der Patrizist dürfen zu begrüssen. Wir wünschen Ihnen einen motoschönen Nachmittag hier in Dintingen. Machen Sie es gut, viel Vergnügen und viel Glückwunsch! Vielen Dank! Vielen Dank!